Musik Harald Herres ist Bereichsleiter für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe beim Caritasverband Trier. Er erläutert die Gründung der Kleiderkammer. Ja, der Grundgedanke der Kleiderkammer, denke ich, resultiert aus dem Fürsorgegedanken, den Caritas hat. Also zumindest Menschen, die Grundbedürfnisse, das ist zum einen Kleidung, das ist Essen. Und auch eine Schlafmöglichkeit zu geben. Und da ist die Kleiderkammer ein Angebot. Von der Spende bis zum Verkauf erfolgt der Verlauf folgendermaßen. Die Kleidungsstücke werden zu Beginn sortiert. Dabei wird auch der Zustand kontrolliert. Kaputte Kleidung wird aussortiert und verschmutzte Gewaschen. Die nichtverwertbare Bekleidung wird an Katastrophenlager weitergeleitet. Kleidungsstücke, welche sauber und gut erhalten sind, werden in Kisten gepackt und per Lift in die Verkaufsräume in den obersten Etagen transportiert. Die Kleiderkammer in der Petrusstraße erstreckt sich über zwei Stockwerke. Jede Konfektionsgröße der Baby-, Kinder-, Damen- und Herrenbekleidung ist vorhanden. Und von Socken bis Wintermantel ist alles dabei. Mangel an bestimmten Kleidungsstücken herrscht jedoch auch, betont Harald Herres. Engpässe bestehen insbesondere bei den kleinen Männergrößen. Engpässe bestehen aber auch bei den Sachen, die in der Regel aufgetragen werden, wie beispielsweise Unterwäsche, Handtücher, Strümpfe. Diese Sachen werden dann von den Mitarbeiterinnen beigekauft. Ist die sortierte Kleidung einmal auf der jeweiligen Etage angekommen, wird sie dort wiederholt kontrolliert. T-Shirts, Hosen und Pullover werden gefaltet und in das zugehörige Regal gelegt. Fertig zum Verkauf. Der Einkauf der Kleidung erfolgt nicht immer im eigenen Interesse der Kunden. Auch die Absicht, anderen zu helfen, steht oft im Vordergrund. Ja, ich engagiere mich für soziale Projekte und mache Pakete. Ich verschicke die teilweise auch an Familienangehörige, die in Pflegefamilien leben. Und ja, auch manchmal in Trier engagiere ich mich für Menschen, die aus dem Ausland hier hinkommen und gebe auch da was ab. Die Kleiderausgabe wird begrenzt durch die Bezahlung einer Schutzgebühr von einem Euro pro Stück. Dadurch wird zum einen das Defizit durch Personal- und Sachkosten minimiert und zum anderen stellt der Kunde damit einen Erwerb seiner Kleidung sicher. Beim Fehlen finanzieller Mittel werden Kleidungsstücke auch kostenfrei rausgegeben. Die Menschen sind begeistert von der Kleiderkammer und unterstützen diese Idee sehr. Ja, die Kleiderkammer finde ich gut, weil man hier öfter hinkommen kann, täglich geöffnet. Und es ist einfach gut für Leute, die auch weniger im Portemonnaie haben, dass sie hier einkaufen kommen können. Durch das vielfältige Angebot und die erschwingbare Bezahlung der Kleidung ist es gelungen, das Konzept der Kleiderkammer zu erhalten und für jeden Bürger zugänglich zu machen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020